Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Batman Arkham City. Und zwar mit der kleinen, süßen, geilen Arschkatze. Ja, so heißt sie. Gut, wir waren hier und sie will aus der Stadt raus, aus Arkham City, nachdem das hier alles jetzt passiert ist. Nachdem Joker, ihr wisst ja was mit Joker passiert ist, was ich immer noch nicht glauben kann. Oha. Jetzt sehen wir, was alles passiert ist. Das Gerichtsgebäude zum Beispiel ist vollkommen angegriffen und zerstört. Tja, was will man machen, Kleiner? Catwoman teilt nicht gerne. Das ist eine Katze, die sind meistens egoistisch. So. Schön, noch einmal mit Catwoman hier rumzuhängen. Und du wirst jetzt auch hängen. Ich werde mich mal von hinten zu dir begeben. Miau, miau. Nee, nicht umdrehen. Hä, was ist denn los? Wer hat mich gesehen? Wer hat mich denn gesehen? Die da. Ernsthaft. Haben die Waffen? Nein. Na gut, los. Was treibt Catwoman hier drin? Hier drüben kämpft die... Au. Au. Ja, genau, wenn ich Konten drücke, funktioniert nix. Wir reißen dir die Maske runter, Schlampe. Sie hat doch theoretisch keine Maske, sondern nur eine Mütze, aber passt schon. Kommt her. Catzen will wetzen. Au. Das war jetzt gemein. Küsschen. Und hier. Da. Und da. Und aua. Au. Arschgesichter. Ein Schlag noch. Uncool. Das war cool. Puh. Wieso klingeln sie denn? Miau, miau. Du siehst mich doch gar nicht. Resist Catwoman. Ach, du bist doch doof. Knack. So. Schön. Äh. Ja, weiter geht's. Aber nach diesem epischen Ende, was ist denn hier noch zu haben, Catwoman? Zu früh, zu früh, zu früh, perfekt. Was wollt ihr denn? Hä? Ah, ich muss eh hier rein. Das ist mein Apartment hier. Immer ein Kätzchen drin, oder? Die müssen wir ja auch hier rausholen. Home, sweet home. Au. Woher? Au. Katzen, helft mir. Shit. Au. Two-Faces, Leute. Ist sie tot? Sekunde. Sie wacht auf. Verdammt. Was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Boah, ihr seid Arschgesichter. So eine hinterfotzige Tour. Boah, was ist denn? Catwoman. Bist du immer noch so benommen? Warum kannst du nicht kämpfen? Ist ja echt gemein. So eine Frau auch noch so hinterlistig fertig zu machen. Keine richtigen Männer. Werden von der Frau vor... Boah, doch nicht so... Ohohoho, nein! Was war das denn... Was war das gerade für ein Sterbemove? Habt ihr gesehen, wie sich gedreht hat? Kopf oder Zahl? Ach, dich kennen wir doch. Krass. Aha. Friestechnologie? Hm. Oh. Hätten wir etwa... Wenn wir das gemacht hätten, das Ende beeinflussen können? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts. Joker ist gestorben, das war's. Gott. So, ich weiß doch, dass das eine Falle ist. Müssen wir das trotzdem machen? Na gut. So eine Scheiße. Voll krass. Aber das haben wir schon gesehen. Können wir das nicht überspringen? Sie ist tot. Ja, doch nicht. Nein. Ist sie tot? Sekunde. Sie wacht auf. Verdammt. Was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Ich bin echt sauer auf euch. So, kommt her. So, Ruhe her. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Man müsste meinen, sie ist noch irgendwie mit anderen Sachen sauer. Er ist im Museum, okay? Danke. Out. Boah, wir sind so kratzt. Also entschlossen, zurückgekommen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für allemal Manieren beibringen. Ah, das hört sich geil an. Museum, das gibt's noch. Cool. Das mit den Katzen passiert. Ich hoffe, die gibt's noch. Na gut, ich verzichte jetzt mal auf euch. Ein Pferd, habt ihr das gesehen? Cool. Ach, fick dich. Wir werden uns bestimmt in Kürze verlegen. Zumindest hoffe ich das. Wow. Die kann was. Schauen wir mal den Turm an. Der brennt auch. Cool. Hauptsache, hier brennt alles. Man hört immer das gleiche von denen. Oh, oh. Boah. Fickt euch. Ich bin weg hier. Katwoman ist gerade nicht gut aufgelegt. Wie viele Leute hier rumstehen. Furchtbar. So, verzichten wir auf den Rest von denen, oder? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Boah, die sehen komisch aus in dieser Katwischen. Ach so, hier geht's doch rein. Hier geht's doch rein. Hm. Krass. Oh, der Dino. Der funktioniert aber nicht ernsthaft. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Katwoman. Er hat Polly B rüber geschickt, damit er das Geheimversteck der Schlampe sprengt. Hoffentlich regnet es mittlerweile über ganz Arkham City, kleine, verbrannte Katzenklumpen. Das wird euch eine Leere sein, wenn ich erst mal mit euch fertig bin. Ihr werdet meine Kratzbäume sein. Aber wie will ich die angreifen? Kann ich auf den Dinosaurier drauf? Ah, doch. Ich will da hoch. Ich will auf den Dino. Ja, verdammt, ich habe mich gesehen. Hier kommt der. Knackit. Hey, 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 hey. Das macht man nicht mit Frauen. Aber das Rest recht nicht. Es gibt andere Sachen, die man mit Frauen machen kann, aber auch nur freiwillig, auf freiwilliger Basis. Also politisch korrekt halt. Das ist nicht politisch korrekt, das ist doch Ehrensache. Komm her! Oh ja, bevor ich mich noch weiter verarspere hier. Du wirst schon bald um Gnade betteln, Kekronen. Wir werden... Oh ja. So. Aus die Maus. Weil Katzen mögen keine Mäuse. Außer zum Fressen. Man müsste meinen, auf den Dino könnte man drauf. Na, egal. Gehen wir rein. Wir holen uns diesen Harf. Obwohl hier eigentlich Pinguin... Auch kaum, wie viele. Hätte ich mal Katwum doch nochmal aufgepässert. Oh. Na los. Nicht weiter. Fragen. Hier, ein paar Kugeln, damit ihr euch schön ausrutscht. Und das ist wahnsinnig schwer wahrscheinlich, dieser Kampf. So viele Leute wie das sind und wieder mit diesen Scheiß Schilden, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ah, ich hasse euch. Ich mag's gar nicht, wenn ihr mich angreift. Das gleiche wollte ich euch gerade fragen, ihr. Voll Deppel. Halt die Fresse, du Arschgesicht. Oh. Okay, kein Problem. Kein Problem mit Spaß mit euch. Aber auf die Art, die ich will. Ja, und jetzt komm her, wir werden Freunde, aber... So, richtig. Boom. Sehr gut. Weiter geht's, ihr Idioten. Wo geht's weiter? Wir haben ja keine Art von Sequenzer wie Batman, aber hier geht's, glaube ich, durch. Batman hat ja schon alles geöffnet für uns. Boah, wie viele Leichen, naja, Leichen, aber wie viele... Ist aber immer noch alles ein bisschen eingefroren. Als ob Mr. Freeze noch da wäre. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich weiß nicht, wie viele Leute, die 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 Leute, die